Hallo und herzlich willkommen zur schnellsten Runde auf YouTube. Hier spielen wir eine Runde Speedrunners, mit dabei DaluKat, wer dem ist und GrancyBancy. DaluMavzokos. Jetzt werden wir den Dalu ein schönes Maul stopfen. Wir nehmen jetzt gerade so lange neu auf, bis ich mal verliere. Es ist schon 3 Uhr nachts. Um 20 Uhr mehr im Jahr. Oben lang ist für coole Kids, da kürzt man nämlich dick ab. Ja, bist du sicher? Ja, guck. Ich krieg so nen Boost. Leck mich, ey. Oh, hier, Grants, ey, sind gerade los hier. Beide haben auch synchron im Hook gezogen, ey. Das hat keinen, ey. Ich brauch sowas nicht. Woaaaaaah. Ohohoho. Wir haben ja keine Chance gegen uns, ey. Hier hab ich mein letztes Mal nen Trick genutzt. Ich weiß, jetzt werde ich zurückgegraveled, aber... Na, was war das denn? Na da, Mensch. Das war Cheat, ey. Ey, wie der jeden Hook trifft, das gibt's doch gar nicht. Also ihr habt das Gefühl, das Huhn, das ist verbuggt. Dankeschön. Blöd. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, fand ich auch ein bisschen spät von dir. Egal, egal. Oh, hier hat er raus, Grants. Oh, der ist jemand in die Stacheln, Rainer. Oh, schon da. Glück hat. Komm schon weg, kann ich schneller drücken. Ohohoho. Hey, da hat er mich gebissen, ey. Nein, lass mich bleiben. Aber dafür hab ich hier das Item. Oh, das ist ja so ne Kack-Makete, ey. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ach, das gehört alles zum Plan. Shit! Nein! Flieg! Infinity Hook hat nicht gewirkt. Ohohoho. 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 Oho, der hooked, ey. Unfaire Mittel. Oho, während dem ist, hat diese Analpeitsche da. Jaaa. Gibt's jetzt gleich für einen von euch schön in die Pfoten. Ohohoho. Oh, das Huhn, ey. Wo wollt ihr hin? Ich wollt die Abkürzung nehmen, du. Du wolltest nicht mehr. Was sind die Drogen? Was sind die Drogen? Leute, kommt schon. Sharkman, Sharkman. Oh oh. Oh fuck, ey. Ihr könnt dich doch nicht aus dem Spiel rein kommen. Wollt Willi doch auch gar nicht. Natürlich. Nein! Egal, ich muss unten fragen. Ich hab das Gefühl, das hockt nicht richtig. Naja, ich glaub auch. Das ist im Nachhinein verbankt worden. Gab einen Patch, der jetzt schlechter gemacht hat. Das war gleich mit einem anderen. Ups. Lauf mal raus. Wie er sein Boost verschwendet. Er will als erstes die dicken Items. Oh oh. Oh, da wird gleich gehuckt. Ah, immer gegen den Besten. Ich schätze. Ich kann mich nicht selber hooken. Schneller. Huhn, komm schon. Wir kriegen keine Items. Ihr habt sie auch nicht verdient. Nein, Marv, das war's für uns. Hast du das gesehen? Ich geh hier lang einfach. Ich bin hier unten. Er riskiert schon auf meine Taktik, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Das liegt nur am Hook, ey. Das Huhn ist zu fett für den Hook. Alter. Pro-mäßig da durchgerutscht. Geh. Jetzt haben sie beide den Hook. Wer setzt ihn zuerst ein? Ja, der, der hinten ist wahrscheinlich. Warum denn? Oh, nein. Oh, jetzt hat er den Hook verschwendet. Jetzt wird's sehr interessant. Kann Wer Demis jetzt seinen Vorteil nutzen? Es gibt's ja nicht, ey. Noch bleib ich im Ernst. Ach, Wer Demis. Komm, jetzt mach doch mal ernst. Der Boost ist jetzt leider mischtig. Der Hammer. Das ist doch direkt wegen Gebissen hier in der Luft, ey. Huck sie, Huck sie. Oh, Marv ist erster. Was ist denn da los? Wo ist er erster, ey? Ah, ihr Säckchen. Ihr Säckchen. Marv, ey. Leute, wartet doch auf mich. Leute, wir sind ein Team. Vorsicht, Marv hat den Analbohrer. Team Runner. Ich hab's gebraucht. Oh, er ist in einem... Oh, Marv macht das wirklich! Oh, riskiert er alles! Und gewinnt auch noch das Tier, ey. Oh, er hat die Moves. Dalu hat die Moves wie Jagger, ey. Wo seid ihr? Seid hinter hier. Ich zieh mal ein Ziel. Oh, Marv hat auch noch nen Boost gezündet. Hier, Hooks verschwende ich einfach, die braut auch keiner. Meinst du? Zieh mich doch. Nee, nee, lass mal. Do it. Hier, geh mal vor. Oh, du behindertes Huhn, ey. Den Jump, ey, den verkacke ich jedes Mal aufs Neue. Komm schon, Dalo, komm, lauf. Was war da los mit uns, Marc? Was war da los, ey? Plaza wird jetzt gezockt. Den Haken musst du schon gegen andere Spieler einsetzen. Nicht gegen den Bohr. Wollte er sich in die Stacheln reinhucken. Ich hab's nicht so mit Angeln. Ups. Oh, Mann. Oh, wieso? Nein, ey, das Huhn. Der Huhn, da liegt schon der. Der Marv liegt im Dragon. Okay. So, ey. Wir sollten vielleicht nochmal erwähnen, dass ich das jetzt zum ersten Mal spiel, das Spiel. Das hat sich vorhin aber noch anders angehört. Ja, ich hab auch in der ESL gespielt. Ja, der Pro. Ja, der Pro. Wie man Dalo's Tasten vollhört, wie er raufkloppt, ey. Der spielt bestimmt auch mitten hier mit diesem Game-Stick. Wie heißt der? Alter. So'n Lacker, ey. Oh, da wär der gekröpelt. Ah, ich möchte rechnen, ey. Du auch? Ich hab sogar noch einen, ey. Ich hab's gesehen, dass du noch einen hast. Der hat noch zwei gehabt. Oh, da können wir direkt einen rauskicken. Los! Ey, wer's versucht, ey. Und hier um sein Leben win so. Ah, ich bin oben rausgeflogen. War zu gut. Da lacht er. Oh, Marv, ey. All eyes on Marv. Sag ich doch, ey. All eyes on Marv. Ja, du bist raus, ey. Dammit. Die beiden Noobs, ey. Wer kann den Point holen, ey. Komm schon, Marv. Das mach ich dir bestimmt nicht auf, ey. Marv, du kannst ne Arcade. Ja, der Penner, ey. Schön, Marv. Bleib dran. Oh, nein. Das, 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 das Huhn kann nicht richtig springen und nicht richtig hucken, ey. Ja, ja, das ist komplett verpackt. Das ist also, ja, was war das denn schon wieder, ey. Du musst doch irgendwann mal loslassen. Nein. Oh, Mann, ey. Das sind heute nicht meine Rounds, ey. Da ist er noch im Minecraft-Modus. Marv, komm schon, zieh. Oh, da hält er sich voll gegen die Decke. Ich glaub, das war's. Das war's für Marv. Ahem. Die waren daneben. Und wird da jemand öffnen? Da hat er es geöffnet. Das wär für wer dem ist die Chance gewesen. Du warst auch schon viel zu dicht dran. Alter, mit einem Hup nach oben getrunken. Hä? Meins. Oh, 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 oh. Wie assi. Wie assi, ey. So, weil die hat mich da durchgeschubst. Oh! Nein! Da wollte ich die grad ruten und da hast du mich mit deinem Ding weggehauen, ey. Ist ja nett, dass ihr mich überhaupt mitspielt. Ich hab da nicht mit gerechnet! Wuhu! Alter, ey. Zack! Ah, Doppeltag-Rabblehook. Nein! Alter, du Pimmel! Was war das denn? Boah, da kam meine Rakete noch zurück, ey! Nein! Oh, wie er hier durchgeht! Wo ist er denn schon? Überrundet die anderen gleich! Oh, Mann, ey! Oh, Mann! Keine Chance! Der Nightclub kommt jetzt! Das ist die Beste, ey! Wir sind schon wieder nur zu dritt! Wer ist denn jetzt raus? Nee, was? Das Rune ist da oben! Grants ist da oben! Nightclub! Nee, Nightclub ist überhaupt nicht meins! Nightclub hatte ein Update! Ein Update? Steht dran! Cool! Jetzt mit Sound, ey! Können wir nicht immer nur die gleiche Map spielen, dass ich mal nicht schaue? Hier wird erstmal gebissen am Anfang wieder! Oh, nein! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, nein! Alle haben einen Hook, ey! Alle haben einen Hook! Oh, da hinten haben sie schon die dicke Hook eingesetzt die ganze Zeit! Da hinten rasten sie aus, ey! In der Hook City! Oh, der war nicht schlecht! Oh, der war richtig gut! Ihr Säcke! Aber nicht mit mir! Nicht mit mir! Oh, Fick! Nein! Juhu! Oh, ist das spannend, diese Runde! Und da geht er hier oben lang und holt sich noch einen Boost ab, ey! Und da ist er einmal vorne! Oh, oh! Ganz mies hängen geblieben hier! Scheiße! Springt alle! Springt! Ah! Du bist falsch gelaufen, ja! Ich hab's gemerkt! Oh! Oh! Du hast ja die Kissen von oben runter, ey! Los, boosten! Hier, erstmal schön warten! Mach ab! Ihr Schweine, ey! Oh! Ach, lebt ja noch! Sehr gut! Komm mal her! Jawoll! Das ist aber Grants! So egal! Das ist Grants! Ja, das ist auch gelb! Ist egal! Wieso ist es Muff Gelb? Ach ja, stimmt! Der hat diesen Anzug! Oh! Boah! Guckt euch den Grants an, ey! Wem? Das geht mit dem, ey! Mit wem? Ich leb nicht mehr! Ne, schade! Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich noch von oben reingeschossen komme oder so! Nice! Nice! Hey, was das war jetzt? Die erste Runde? Er riskiert's, ey! Er riskiert da alles! Ich komm da nicht hoch! Alle düsen da hoch! Aus, ey! Leute, ey! Komm schon! Das fliegende Hut! Ah! Ah! Chicken run! Hennen rennen! Ah! Heute mach ich nichts Vernünftiges! Ganz vergessen, ey! Das ist der Hammer, ey! Das ist der Hammer, ey! Nein, das ist der Hook! Da oben macht Marv noch Werbung für irgend so'n Energy Drink! Ja! Energy Marv! Chicken Power! Oh! Er haut sich da den Kopf an! Alter, die Hooks, ey! Die Hooks! Cat'n Hook! Cat'n Hook! The Hooks! Und jetzt! Ach, komm schon! Das Rennen! Das Rennen! Nicht schlecht! Hu! Da gibt er Gas! Haha! Nicht so! Es wird immer kleiner hier, ey! Jetzt kommen die... Oh! Und jetzt legt er die Kisten dahin! Nein, nein! Die legt er nicht! Oh! Oh! Das war ne schöne Runde! Oh, Marv hat nen kompletten Boost! Leute! Vorsicht! Er kann direkt los sprinten! Ich beiß ihn mal mit! Ich beiß hier! Marv! Das war grad echt ne spannende Runde! Muss man sagen! Ja, war schon okay! Nein! Die war echt gut, ey! Ich will nicht schon wieder! Marv, dann gib mal ein bisschen Boost! Da kommt auf einmal das Huhn irgendwo her, ey! Oh nein, er hat die Bombs! Er hat die Bombs! Er droppt die Bombs! Und dann kommt Marv! Kommt der denn her? Der spielt noch mit, ey! Nein! Oh, die Bombe, ey! Ihr opfert mich immer! Ja, mich auch! Ey, das ist echt! Beim letzten Mal war ich gar nicht so schlecht! Oder hab nur ne gute Figur gemacht bei Vita dabei! Ja! Was?! Nein! Spider riecht! Haha! So! Lauft! Wie er schon weiß, wann er hooken muss! Oh, da hat er sich aber richtig weit nach oben katapultiert! Oh! Aber Dalu macht auch nen Fehler, Leute! Ah! Kopf angeschlagen! Ich komm da nicht! Oh doch! Und jetzt dropp ich noch nen Punkies! Neck mich doch, ey! Was ist denn das für ne Kacke? Ne, also heute bin ich auch überhaupt nicht gut am Start! Ich weiß auch nicht, was hier los ist! Marv, machen wir ne eigene Lobby auf? Losers forever, ey! Oh! Und nen Hook hat er auch noch! Dein Hai denkt die ganze Zeit nur an den Hook! Der Hai denkt nur an den Sieg! Da schon wieder, ah! Wenn ich so nen Hookke, ja! Oha! Oh, wat?! Das war ja was! Hex, ey! Der war ja noch lange nicht aus dem Bild, ey! Egal! Da hat er sich... Oh! Leute, ihr müsst auf mich warten! Wieso? Das gehört sich so! Achso, Anstand, ne? So, und jetzt zieh ich an euch vorbei! Hi! Ja, da wallt er links hoch! Ja, da ist nix! Es ist doch nicht warm! Kacke! Ne, also irgendwie komm ich heute mit dem Huhn nicht zurecht! Woohoo! Alles klar, ey! Du willst also nochmal wissen, ja? Ja, ja! Nein! Zack! Zack! Die Bombe lag! Da lag die Bombe! Da lag die Bombe! Da droppt er die Bombs! Das wird ja ein bitterter Kampf! Ob wir kämpfen, ey? Nein! Der hat doch gar nicht angefangen zu kämpfen, ey! Zu kämpfen! Gleich erstmal mit Controller spielen! Mit Tastatur ist voll anstrengend! Hier wird erstmal gebissen, ey! Oh, nein, ey! Oh, Chicken Run! Du hältst mich hier auf, du fette Ente! Fuck! Oh, hier in der Region kannst du sterben! Also du musst rüberspringen! Und jetzt nach rechts! Wir müssen oben lang los! Mav, komm! Ich leg auch keine Bombe für dich! Oh, ich häng hier! Oh, das ist doch nicht wahr! Leute! Oh, Mann, ey! Das ist doch nicht normal! Das ist doch nicht normal! Nein! Nein! Auch nix! Okay, direkt nach oben! Hallo! Oh, jawoll! Ja! Na klar! Na klar! Genau so habe ich das auch kommen sehen, ey! Oh, Leute! Easy Mode an! Ich bin schon wieder raus! Oh, der Hai! Der Hai, ey! Schau mich die an! Tagt oben noch zugemacht? Nö! Schiff, Leute, ey! Der hat uns hier gerade aufgemacht! Jetzt hat er noch den scheiß blauen Panzer quasi, könnte man sagen. Was soll ich denn hier oben, ey? Oh, da ist noch ein Geheimgang. Wenn man da reinkommt, dann kriegst du nochmal einen richtigen Boost. Da hast du bestimmt gewonnen. Da wollte Marv mir eine Falle stellen und ist dann aber gestorben. Ah! Es ist nicht wahr. Also heute ist da der Wurm drin. Oder das Hut. Nee, das Hut, das hätte gern den Wurm, glaube ich. Oh, eine Wurmkur vielleicht. Bleibst du stehen hier? Ja. Die Tricks, ey. Aber er lässt sich nicht abhängen, Leute. Er ist noch hinten dran. Da ist der Korken hoffentlich drin. Oh, die war nicht schlecht, muss ich sagen. Nehme ich. Oh, jetzt hat er dich. Ah. Also, der geht ab hier. Da. Oh, ihr wolltet mich nicht reinlassen. Das seh ich gar nicht gern. Nein, 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 nein. Marv, du musst an der Wand abspringen. Raketen. Wie geil. Hast du das gesehen? Er hat voll den Speed dadurch abgekriegt. Du musst gewinnen, Grants. Ja. Das kann ich leider nicht zulassen. Eine meiner leichtesten Übungen. Jetzt könnt ihr sehen, wie das Huhn gleich wieder hier bei den ganzen Hooks nämlich einfach so dick runterfällt. Nice, nice, nice. Oh, schade. Guck mal, das war zu hoch. Komm schon, Grants. Nicht untenrum an der Stelle. Was machst du denn? Untenrum muss man sogar gehen. Jawohl, drop die Bombs. Oh, was war das? Ja. Der Pro-Gamer. Ich geh oben lang. Oh, was hat meiner denn gemacht? Oh, was hat meiner denn gemacht? Hey, da kommt der Silversurfer. Was ist denn mit dem los? Der gelbe Blitz. Den Flash. Oh, der Eier hat einen Flachkörper probiert. Oh Gott. Mach da dich den Shit. Nein, ich häng fest. Der packt da aus. Oh, wir haben es alle geschafft. Nein, ich habe aber nicht. Schmaf, komm, gib Gas. Wir können es jetzt schaffen, mal eine Runde zu gewinnen. Gut gemacht, Marv. Zieh, Marv. Nein. Gut gemacht, Marv. Oh nein, jetzt bin ich down, glaube ich. Komm, Marv, gib Gummi. Renn, Marv. Nein. Jetzt musst du nur noch gewinnen. Marv, komm, los, los. Gib ihm. Denk dran, oben rum. Oh, da hat er sich gegen die Wand katapultiert. Nee, Marv, so nicht. Was macht er denn da? Los, er macht. Komm, Marv, Marv. Zü, zü, zü. Komm schon. Oh, jetzt muss er aber perfekt durchkommen, sonst hat Dalu den Sieg. Komm schon, gib Gas. Marv! Oh. Da hat er zu viel gewollt. Hä? Ah, raus, Enterich. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Der Enterich ist raus. Niemals, der Enterich. Der Drillbord ist da. Nein. Nein. Oh, komm schon, wir sind sonst raffend. Nein. Penner. Oh, ich bin raus. Jetzt liegt es an Marv schon wieder. Marv, er darf nicht gewinnen. Komm, mach dir dringend zu. Ja. Los, Marv. Marv, leg die Bombe. Ja. Ja. Marv. Woohoo. Der erste Sieg. Das ist ein Dase. Auch ein blindes Hut. Ey, was hat das jetzt wieder mit mir zu tun? Och, Leute. Na, das hast du da voll. Oh, zwei Rang. Äh. Voll der Artilleriebeschuss hier. Alter, Vater. Boah, hast du gesehen, wie das Huhn sich da durchgemogelt hat, Marv? Alter, wer dem ist, ey. Ach, du eiliger Kack. So, jetzt wird die Runde auf jeden Fall beendet. Ja, wer dem ist, hat den Sinn. Alter, Vater. Meine Danksage geht an Marv für den letzten Sieg, den er geholt hat, sonst hätte ich das nicht geschafft. Das war's für den Paar und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben nicht viel Zeit und tschüss. Haut rein.